Willkommen zu einer neuen Folge Gaming Not Wins. Wundert euch nicht, dass die Grillscreen heute nicht so gut ist, weil wir machen das direkt auf OBS und wir spielen heute auf dem Computer von Papa und wir probieren die Website Play Classic Games aus. Und wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glücke. Wir spielen jetzt erstmal Super Mario Reuters. Nein, Super Donkey Kong Country. Und dann hier wechseln wir uns, würde ich sagen, pro Level ab. Nee, pro. Okay. Mache ich hier lauter? Ja, ich weiß. 1993. Also, der soll in der Switch Pro Controller gezeichnet werden. Okay. Okay, Super Mario Bros. Okay, mit X. Also, es ist halt Super Mario Bros. in der All-Stars-Version. Ich glaube, das richtige Super Mario Bros. Gibt es hier das richtige Super Mario Bros.? Ja. Bei NES Games. Aber eigentlich im echt Mario Bros. war das doch kein Bonus, oder? Das war einfach nur ein Bonus. Das war ein Bonus, Tischendraum mit ein paar Münzen. Ja, gut. Das war aber ein Bonus. Und so. Und so. Ja. Wo Level aufwachsen? Mit X? Das heißt, du kannst jetzt den Secret Exit nehmen. Ja, dann springt man mit X. Selbst wenn du jetzt den Secret Exit nimmst und dieses Level nicht komplett durchspielst, dann zählt das immer noch als Durchspiel. Ja. Selbst wenn ich gleiche antwortet, ob man mit X spielt. Das Level hat ja schon fast gestartet. Die Steuerung hier ist richtig blöd. Also, finde ich nicht. Dann drücke ich immer wieder A. Boah, für den ist das doch gar nicht nötig. Ist nötig. Ist das nicht. Oh, nein. Ich dachte, du wärst mindestens gekommen. Tja. Tja. Die legendäre Szene bei uns war ein Super Mario Bros. Wollt ihr? Welche legendäre Szene? Ähm, diese legendäre Szene, äh, wie? Spielen wir gleich Donkey Kong Country? Oh. Ja. In Donkey Kong Country wüsste ich, glaube ich, das Beste. Also, bei Play Classic Games bin ich, glaube ich, am Besten in Donkey Kong Country. Also, man kann Play Classic Games auch auf iPad spielen. Da gibt's auch, glaube ich, ein paar Stellen. Nein, hier gibt's ja, nämlich aber auch nicht. Weil, auf den kann man sich erst nicht... Betrug. Der müsste doch gestorben sein. Stirn. Stirn. Also, früher wusste ich gar nicht, dass, ähm, das so etwas gibt. Ich finde die Musik hier voll weird. Ja, ich auch. Tja. Ich hab X gedrückt. Betrug. Klisch hast du C gedrückt. Ich hab X gedrückt. Du musst den Mittelfinger benutzen. Ja, wieso musst du immer alles machen? Weil es Zeit spart. Du bist nicht. So. Das würde keine Zeit sparen. Doch. Nein. Das spart schon Zeit. Wenn du einfach rübergerannt wärst, dann hätte das... Das hätte ich dafür rübergerannt. Das hätte ich noch rübergerannt. Das ist die Cooldex. Nein! Tja. Darf ich das? Ja, sowas ist dann ein 100%-Gamer. Darf ich von Secret, zum Secret Exit? Ja. Mach ich aber trotzdem das nächste Mal. Ja, wir haben nur noch ein Leben. Ach. Ja, oder? Wir haben Super Mario Bros. noch nie durchgespielt. Deshalb versuchen wir jetzt immer den Secret Exit. Eigentlich bin ich... Eigentlich bin ich... Also... ...an Octagon Country auf PlayStation Games. Wir haben ja keine SNES. Oder SNES Mini. Und da bin ich mit Tastatur sogar relativ gut. Also... Und das spiele ich auf dem iPad. Das kannst du... Und da haben wir so eine Tastatur. Und... Ja, da bin ich schon relativ gut. Das ist schon eine Überraschung. Das mache ich auch immer auf der SNES. Ja, also... Ja, also... Da kann man sich ja einfach... Ich fahre hier einfach durch. Das ist richtig schlechtes Lavy-Design. Findest du nicht? Doch, schon. Ich kann da Lakitu spielen. Bitte vergesse ich. Hä? Du hast auch einmal inzwischen durchgespielt. Ja. Deswegen darf ich es auch. Hallo? Schau, Lakitu. Tatsächlich. Boah. Schön. Jetzt aber... Ähm... Donkey Kong Country. Kann ich da anfangen? Ich bin eigentlich mit Level dran. Vincent? Nicht bewegen. Du hast... Le... Du hast bei Super Mario Bros. Ja, aber ich bin... Ich bin bei Level dran. Vincent? Das ist jetzt Donkey Kong Country. Wir haben das Spiel gewechselt. Ja, aber ich bin bei Level dran. Ähm... Login-File? Ich liebe Donkey Kong Country. Was halt nicht mehr stimmt, weil er sich auf eine tödliche Reise durch mehrere Welten, weil er keinen Bananen mehr hat. Was halt nicht mehr stimmt, weil er dort noch Bananen hat. Was zur Hölle. Was ist das für die Story? Hier, ihr seht's nochmal, an seinen Hort hat er keinen Bananen mehr. Und jetzt fangen wir an mit dem Game. Ich bin eigentlich auf der Tastatur am iPad etwas besser. Aber ich hoffe, es klappt jetzt gleich gut. Okay, ich stirb und schlipp. In Level 2 werde ich dann noch 300 sterben, damit ich zu diesem Radius kommt. Also es kommt relativ früh bei diesem Level Checkpoint. Weißt du, wie ich das immer mache? Ich mache nur diese eine Stelle. Wieso machst du auf S? Stimmt. Warte. Achso, ich springe ja mit Y. Ich hab X geteilt. Und mit Donkey Kong Country kann man auch nicht springen, oder? Ja, wie machst du das? Einfach rüber. Okay, danke. Rampi, hallo. Der heißt doch Rampi, oder? Ja, du netzt ihn so. Deswegen nenne ich ihn aus. Oh, schau. Jetzt ist es ein Bonus. Hä? Hä? Okay. Also ich mag die Musik hier in diesem. Nee, das ist auch ein Bonus. Das ist ein Bonus. Wurde man nicht. So ist es jetzt auf der Atari. Nein! Mach nichts! Habe ich doch gar nicht. Ah, warte. Ich kann es wissen. Ähm, so. Aber das Gute an Rampi ist, man, ähm, der kann einfach alle Gegner umhauen, die in den Weg kommen. Also der war eigentlich auch noch ein Bonus. Was, wirklich? Ja. Ich glaube, es ist hier ein bisschen dunkler, oder? Ja. Als auf dem iPad. Oh, so knapp. Auch wegen dieser Stelle hasse ich dieses Lädel. Wieso? Ich, also ich kann sie inzwischen. Ich mach diese Stelle überhaupt nicht. Ich kann sie sehr, sehr gut, aber hier auf Computer, da ist ja hier dunkler und die Tasten sind größer. Ich bin gesprungen. Das habt ihr doch gesehen. Kann ich diese Stelle machen? Bitte. Was auch diese eine Stelle mit den Fugeln macht. Hey, give me a watch. Also ich muss meine Finger einfach viel weiter recken. Und dann noch diesen Rampi. Soll ich mich umbringen? Also ich muss mich umbringen, dann haben wir noch zwei. Und dann, ja. Ich liebe diese Website. Weil ich hasse die Werbung. Hold it. Wait a minute. Hold it. Wait a minute. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Aber jetzt haben wir fünf Leben. So, jetzt ist das Level durchzuspielen mit diesen allen Secrets, die dir eine Abkürzung geben und so weiter. Wir, wir verkaufen jetzt. Das ist gar nicht. Am Beep und nun. Kann ich? Das ist gerade meine Runde. Ja, aber da muss ich mir doch auch kommen. Ja, tippe. Das ist N. Da ist das. Das ist N. Licht, Licht. Was? Das ist N. Ich war doch schon drauf. Ich hasse dieses Schuss. Oh nein. Oh nein. Ich kann nicht mehr dabei sein. Hallo? Was? Das ist meine Hunde. Aber ich hab dir doch auch schon davor geholfen bei dieser Stelle. Jetzt aber Speedrun. Ja, Speedrun. Speedrun des Levels. Ja, Speedrun ist klar. Das ist richtig viel Treibverlust. Und, und, sterben wir? Die erste Welt ist schon, besteht eigentlich nur aus zwei Levels. Äh, finde ich schon cool. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Gave mir nur Twins. Okay, sal violated. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020